Ich wurde heute in Among Us zum Superheld über die Folge über, denn je länger die Runde andauert, desto schneller, extremer und komischer wird die Runde. Was das bedeutet und was noch passiert ist, erfahren die jetzt das Like da und abonniert mich. Viel mehr saftige Folgen Among Us mit der Gang, aber jetzt ab in die erste Runde. Hey, das ist wiederum der Kaos von 40 und willkommen zurück zu Ben hat komische Among Us-Moss installiert, Folge 27. 50. Okay, Leute, heute haben wir was Spezielles, denn, guck mal, ihr habt hier recht, Speed. Guck mal, wir sind der arme Schnecke, aber je länger, je mehr Zeit vergeht, desto schneller werden wir. Und irgendwann sind wir so schnell wie Flash. Das wird richtig krass, Leute. Wir sind heute ein super Imposter, wir sind super schnell. Oh mein Gott. Nein! Nein, Leute, ich hab das immer first try geschafft. Ich bin raus, ich bin wurscht. Ich sag's, ich krieg das nicht an. Ich probier's, ich probier's, komm mal. Ja! Okay, alles klar. Ja, die Sache ist dir, der Imposter wird jetzt noch keine Kills machen, weil jetzt, Leute, ist man slow. Ah, wohl? Na, wir sind schon schneller als normal, glaub ich. Guck mal. Oh mein Gott, Leute, ich sag's. Oh, da ist die Dina. Oh ja, jetzt wird's crazy. Wenn jetzt der Imposter den Kill macht, kann man killen und man speedet in ein anderes Universum. Oh, Candy macht die Aktor, wichtig. Ich bin hier bei Ben. Ah, wir haben, wir haben, was ist Maximum? Speed. Guck mal, 1,6 haben wir jetzt. Wie hoch geht das? Oh my God, Leute, wie ist ein richtiges Rennauto? Boom! Oh, das hat Safe-Grenner, das hat Safe-Grenner tapotiert. Oh, das war gerade richtig, der weirde Stillsteher. Habt ihr gesehen? Oh mein Gott. Wir haben schon 2,1 Speed. Oh mein Gott, guck dir das an, Leute. Nein, wer könnte das nur gewesen sein? Ich hab Ben gerade noch, Moment, in Navigation gesehen, vor Navigation. Ich hab ihn vorhin von Matbeck gesehen, aber wir sind ja Superspeeder, so heißt das nicht viel. Wann hast du ihn vor Navigation gesehen? Wie lange ist das her? So 40, 50 Sekunden. 40 Sekunden. 40. Schon länger, ja. Ja, 30, 40 Sekunden, so um den Dreh. Ja, aber überleg mal, wer würde Ben töten? Fabo. Hä? Ja, das ist gut, guter Call, Alter. Was ist das für ein Scheiß-Call? Ich weiß nicht, wer reported hat, aber... Ich hab reported. Wer war mit mir, wer ist denn von mir mit Cafeteria rüber zu diesem, wo man diese Steine oder diese Meteoriten abschießt? War das, warst du das, Elina? Ja, ich war aber noch jemand. Ich war dort, ich war dort. Also Elina ist schon mal safe. Ich war bei diesem Abschießding, bevor ihr hergekommen seid. Das macht dich aber sass, wenn du von unten kamst. Ne, ich kam von oben, von Cafeteria. Hat das jemand gesehen? Ich hab Ben gesehen beim Mad Bay, dann bin ich runter, Edmund, hab ich Fabo gesehen, wollte es fixen, hab gesehen, oh, jetzt ist oben, da ist O2, bin ich hoch, dann hab ich das Weapons gemacht und dann war schon Leiche fast. Fabo? Jo. Wo bist du dann hin? Wie? Nach Edmund, wo bist du hin? Äh, Mad Bay, King hat mich gesehen, Candy. Ja, ich war auch bei Mad Bay. Candy! Ich war das denn auch am Freu. Candy, wir müssen dich wieder gesund machen. Ja, bitte, Leute, schmeißt mich nicht raus. Wir brauchen ihn, er ist der beste Crewmate. Oder ist er es? Falls ihr möchtet, dass Candy wieder gesund wird, lasst dann ein Like und an. Oh. Ich wollte, Lina, mir reicht das. Hey. Oh. Es gibt mir eben zu wenig Info. Ja. Ah, Fabo sass. Ich wollte gerade sagen, es ist noch ein Fabo sass. Ja, voll sass. Hä? Oh mein Gott. Es ist sehr Fabo. Okay, Leute. Ich hab's, ich check's gerade auf der Meta-Ebene. Wisst ihr wie? Oh mein Gott, wir speeden jetzt. 1000 PS. Leute, ihr wisst ihr warum? Die anderen würden, glaube ich, Ben nicht töten. Ja? Weil Ben will eine geile Folge machen. Ja? Und jetzt denkt mal, Leute, wir sind ja echt gute Freunde. Wir sind Minecraft-Freunde. Wir wollen nicht Ben die Aufnahme versauen und Dina sich erst das killen. Weil es ist ein Match. Ja? Fabo hingegen ist nur jedes zweite, dritte Mal bei Among Us dabei. Ähm. Ich glaub nicht, dass der so auf das denkt. Oh mein Gott, wie schnell. Deswegen, ich glaube, nicht, dass es, äh, Gambo gewesen ist. Aber ich mein, ich hab auch Ben schon mal als erstes gekillt, letzte Folge. Wo wir Among Us aus SCP gespielt haben. Oh, hier ist Logo, hier ist Elina. Junge, man kann ja hier richtig durchspeeden mit den, äh, mit den, mit den Quests. Leute, ich glaub, wir können fast mit Aufgaben gewinnen. Wir haben ja noch keinen rausgewollt. Oh mein Gott, der Speed wird zu viel. 3,500. Oh mein Gott, ich hab abgebrochen. Leute, was ist, wenn man wirklich so 100 Speed hat? Drückt man dann einmal, äh, W und man ist auf, äh, auf einer anderen Map. Oh mein Gott. Ja, ne, äh, es wird sehr schwer rauszufinden, wer wo die Kills gemacht hat. Höh? Nein! Wie viele Poste haben wir? Zwei. Ah ja, Fabo, dann erklär mal, wen du gekillt hast, Fabo. Wo lag die Leiche? Ne, ne, Fabo hat nicht gekillt. Äh, Fabo, die, hä? Hast du, warst du in der Task? Wo liegt die denn? Die liegt in Security. Aber es sind zwei, es sind zwei, äh, Gambo. Nein, nein, Fabo, Fabo war's nicht. Der war an der Kabeltast, denke ich, als ich reingelaufen bin. Du warst doch die ganze Zeit da? Ich war nicht in Security drin, ich bin in Security reingelaufen. Und hab dann reportet, aber du standst vor Security. Ah, äh. Hast du, jetzt die Frage, hast du grad eine Task gemacht, oder was hast du gemacht? Ich hab die letzten Kabel. Ja, okay. Er hat, äh, ja. Dann ist es Elina, als ich bin... Elina oder Izzy, was ist mit euch? Oder Gambo und Fabo sind zusammen. Das könnte man auch sagen. Ich würde Ben niemals als erstes töten, weil ich seine Folge nicht ruinieren wollen würde. Das würde ich auch sagen. Deswegen leide ich zu Fabo. Ja, ich glaub auch zu Fabo. Fabo und Gambo. Ey, warum denn jetzt ich? Ja, das mit dem Protecten ist schon ein guter Quality. Was denn? Das ergibt gar keinen Sinn. Ne, das ergibt schon ein bisschen Sinn. Ich bin reingelaufen, Fabo stand davor. Er wär's Hass gewesen, wenn er nicht in der Task gewesen wär. Kann das ein anderer bestätigen? Wir beide sind's auf gar keinen Fall, Gambo. Wir beide sind's auf gar keinen Fall. Elina ist... Elina ist... Ja, weil... Nein, ich bin's nicht. Ihr versucht gerade zwei Leute das so auf Krampf auf uns zu schieben. Ja, ja, das macht mir. Das macht keinen Sinn. Nein, 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 nein. Ihr wart auch zusammen und jetzt vouchtet ihr so schnell. Ich sage, es ist sie und Elina. Nee, nee, nee. Ich hab dir zugestimmt, Izzy. Du hast... Ich glaub, du hast recht. Und jetzt auch noch... Ich hab dich gewollt, weil ich... Ja, nein, ich hab mich selber verloren. Schlecht. Wenn wir jetzt verloren haben, dann rasch aus. Nee, ich glaub, einer ist noch drin, glaub ich. Er war safe. Er hat so komisch geredet. Ich glaube... Nee, ich glaub, das war safe eher. Ähm... Ich behalte mal Gambo im Auge. Oh mein Gott, aber wir haben auch wirklich fast die Task fertig. Ich glaub, wir müssen jetzt wirklich zwei Leute killen, damit wir gewinnen. Oder... Nee, drei müsst ihr killen. Ich glaub, das haben wir. Alter, Hyperspeed. Boom, boom, boom. Boom. Okay, Fabo sabotiert jetzt. Guck mal, ich renne jetzt hier rum, wie so ein kleines Kind. Oh? No dead body fault. Wir müssen jetzt jemand rausvoten. Aber das ist jetzt... Elina war die ganze Zeit mit mir an dem Ding da. Also die ist... Nein, Izzy, das macht gar keinen Sinn, jemanden rauszuvoten. Wenn Fabo wirklich Dings war, dann sind wir zu fünf. Wir haben mindestens noch ein oder zwei Imposter. Oh, wenn Izzy jetzt lügt und sie selber es ist, das ist 500 IQ, aber ich glaub... Ich neig auf zu Gambo. Ich hab die Taste gedrückt. Soll ich denn Imposter sein? Ich kann auch der Imposter erdrücken. Achso, wusste ich nicht. Aber Izzy, ich glaube, du hast einen guten Call gemacht, dass die sich verteidigt haben. Also... Ja, glaub ich auch. Nein, Real Talk? Nein, Leute. Junge, nein, das sind Flo und das sind Lobo. Wenn's easy ist, dann gönn ich dir das 400 IQ Upload-Video. Nein, ihr seid zu sehr auf Gambo fixiert. Leute, wir sind zu fünf. Hey, du hast doch selber gesagt. Wir haben keine andere Info. Hallo. Wir müssen mich nicht voten. Nein, Flo. Wir sind zu fünf. Wir müssen nicht voten. Gambo, Gambo, wenn's zwei Imposter noch drin sind, müssen wir doch voten. Nein, Fabo war safe. Ich glaube, er ist raus. Einer ist noch. Er muss drei Kills voten. Lass mal Gambo reden. Lass Gambo reden. Also, rein technisch macht's gar keinen Sinn, selbst bei zwei Impostern jetzt zu voten, wenn's der falsche ist, ist Ende. Aber ist doch gut. Und bei fünf Leuten, wenn's doch einer ist, müssen wir nicht voten. Guck dir die Tasks an. Warum unnötig riskieren? Ich wollte gerade sagen, lass die Tasks fertig machen. Das ergibt gar keinen Sinn jetzt, ohne jemanden rauszuprobieren. Manchmal muss man Roulette auch einfach mal rausballern. Nein. Nee, das ist Quatsch. Lass Tasks machen, lass Tasks machen. Also jetzt Real Talk, das ist Quatsch. Elina, wen hast du gevotet? Ich hab geskippt. Ich hab geskippt. Weil die Aufgaben safe schaffen, wir sind so schnell. Ich hab geskippt. Wir sind halt wirklich sehr, sehr schnell. Ja, lass Aufgaben machen. Ja, danke, Isikos. Ich hab dich nicht gevotet. Ich war's wirklich nicht. Ehre. Das war Logo. Ich hasse nicht Logo. Okay, Leute. Ich glaube, das ist wirklich. Gambo ist ein Lame Impos. Er schafft es nicht, drei Leute zu killen. Wenn zwei jetzt im Spiel sind, dann ist es ultra GG. Aber das wäre schon sehr, sehr krass geplayt, ehrlich. Wir sind Gambo. Okay, komm an. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich bin fast fertig. Elektrikal. Boom. Oh mein Gott, ich bin schneller, als der Wind erlaubt. Oh mein Gott, Alter. Bam. Alter, ich hab noch nie so gespeedrunnt. Am Morgen speedrun, Weltrekord. Ich bin fertig, ich bin fertig. Boom. Das ist so krass. Ich hab alle Tasks. Ja, ich auch. Ich auch. Wer fehlt, wer fehlt? Wer hat noch keine Tasks? Mir fehlt noch was, aber... Wer hat die Tasks? Ich glaube. Mir fehlt noch was, aber ich sag ehrlich, ich bin gerade in den Camps drin. Ich bin in den Camps drin, ich mach weiter. Versprochen. Aber es war mir jetzt ein bisschen zu heikel, da jetzt nicht reinzukommen. Ich hab das Remains auch gecallt, um den Kill-Cooldown zu resetten. Ja, das ist ja kein Ding. Das ist ein guter Call. Okay, Easy ist fertig, Logo ist fertig. Elina? Ich bin auch fertig. Ja, dann nur Gambo. Okay, dann, dann... Nein, nein, das können nicht nur meine Tasks sein. Mir fehlen noch zwei oder so. Das sind safe nicht so viele. Ja, Fabo ist wahrscheinlich essen oder so. Der streamt den Ball. Seid ihr schlecht? Was war das denn jetzt? Wer hat Logo gevotet? Ich meine, es können... Nee, oder? Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es Logo oder Gambo ist. Ich laufe einfach um die komplette Map. Oh, oh. Ich muss mich halten. Ich muss mich verstecken, Leute. Den Poster... Hier ist die. Den Poster hat wirklich nur eine halbe Sekunde, die er klicken kann, um mich zu killen. Guck mal, wir laufen jetzt einfach hier so im Kreis. Junge, wie sind wir schnell? Nee, irgendeiner macht seine Tasks nicht. Junge, wie schnell war das für oben? Komm, ey, Poster muss jetzt einen Kill machen. Komm, man macht die Akte. Ja, er war's, er war's. Was war Elina? Ja, wow, du hast geredet wie ein Löwe, man. Du, es war... Hey, Elina? Er hat geredet. Nee, Elina ist es nicht, oder? Nee, nee. Er wartet mich raus. Hä? V, du hast übrigens mit geredet. Nein, Fabo hat komplett legit geredet. Digga, ihr habt mich seit erster Runde fasst, weil Ben tot ist. Was habe ich damit zu tun? Wer hat denn Ben getötet? Elina hat Ben umgebracht, Digga, wie ein Löwe. Oh. Oh, 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 oh. Und da geht's weiter, Leute. Im Schneckentempo. Ich hoffe, die anderen haben es nicht gehört. Ich war gar nicht gemütet und hab. Oh, gesagt. Ich hoffe, die merken jetzt nicht, dass ich Impostor bin. Okay, wenn ich jetzt nicht sabotiere, dann ist es ein Milliarden Prozent obvious, dass ich es bin. Ich glaube, ich hab mich verraten, weil ich Oh gesagt hab und ich gemütet war. Ich war rausgetoppt. Oh, no, no. Leute, das darf ich das Ende sagen. Ich werde jetzt die ganze Runde save spielen. Ich werde so tun, als ob ich ein Crewmate bin, bevor irgendjemand mich saß. Aber das ist auch was, was ich als Impostor machen würde. Also von daher. Junge, Fabo ist mein Teammate. Jungen, wie schaut Fabo aus? Candice in Cams. Ich bin Navigation mit Elina. Wir können uns gegenseitig safen. Ich kann Fabo safen, weil ich bin gerade reingegangen, als er auch reingegangen ist. Und er hat nichts gemacht. Aber Fabo ist irgendwie aus dem Nichts bei den Kameras rausgekommen. Ich hab dann gedacht, wo kam der denn her? Ich hab ihn nicht reinlaufen sehen, nur rausgehen. Oh. Hä? Gefühlt ist er von Mad Bay. Mad Bay? Ich war Security. Nee, 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 nee. Meine Theorie ist, er ist von Mad Bay, Security gewandet und dann hochgelaufen. Nein, nein, nein. Hä? Aber er ist reingelaufen von oben gerade in die Klinik. Ja, das weiß ich. Aber davor ist meine Theorie sie geklärt. Aber das würde er doch nicht machen. Er würde doch nicht zu Leiche zurückbleiben. Ich war doch kurz mit dir in den Dings, Candy, in Camps. Bei Klinik liegt die drin, bei Mad Bay. Klinik? Ja, ich hab's doch deutsch, Mann. Klinik? Ich war doch in der Klinik. Ich war jetzt in der Kamera. Ja, man wird ja nicht bei Mad Bay jemanden kriegen und dann oben rauslaufen. Ja, ich bin gekommen von oben. Ich bin nämlich rein in Mad Bay. Hab dann nur gesehen, dass Fabo bei Security dort war und das Candy in Camps. Weil mir hab ich nicht gesehen. Ja. Ja. Ich war nicht bei Mad Bay. Ich war erst Electrical. Natürlich war der, der das Leichen fix hat und Ben kam dann rein, als ich... Aha. Also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ne? Also behalte das einfach mal mit dem Kopf. Electrical ist aber auch ein guter, wenn's... Nur mal so nebenbei. Wait, kennst du wen oben gesehen, der rein ist in Mad Bay? Nee, warte mal, stimmt. Logo war in Electrical drin, als ich reingegangen bin. Also hätte er den Kill machen können und da runter... Ich bin sofort hin und hab das... Ich war da, bevor das Licht sogar auskommt. Also wenn man bei Mad Bay jemanden erledigt, dann geht man zu 99% durch den Vent weg, wenn man... Ja, ja, ja. Immer. Ja, das ist Klassiker. Das heißt, ich hab niemanden reinlaufen sehen. Also es muss jemanden... Logo, hast du denn jemanden gesehen, der da rausgelaufen ist? Also du bist dazu... Ich war der Einzige dort. Ich war nicht wie jemand aus dem Band raus. Das heißt, entweder ist die Person wirklich komplett psychopathenmäßig einfach oben rausgelaufen, oder es muss... Oder es muss halt Candy oder Logo gewinnen. Aber das hat Easy gesehen, oder? Easy hätte das gesehen. Ich hätte es glaube ich vielleicht gesehen. Glaube ich vielleicht gesehen. Glaube ich vielleicht gesehen. Glaube ich vielleicht eventuell gesehen. Leute, das war ein Seraph Report. Soll ich schon mal aufrufen, dass Lizzie heute eine freshe Capi rockt? Oh, oh, oh. Ja. Was besser als Benzons Beanie. Hey, 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 hey. Oh, oh. Mal ein bisschen Ruhe. Haben wir die Band unterwegs? Wer hat Logo gewartet? Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. Ich glaube, ich bin safe. Ich glaube, es hat niemanden gecheckt, dass ich am Anfang... Oh, ich meine, ich hätte auch so Crewmate auch sagen können, okay? Aber Leute, ich bin, ich habe so an sich... Ich glaube, es ist ein gutes Strat, einfach die Killtory später zu machen. Wir haben 40 Sekunden Kill-Cooldown. Ich tue mal so, als ob ich hier so ein Ding mache. Ich fixe mal Coms. Oder ich mache Sabotage, meine ich. Oh, Communication sabotieren und dann später einen Kill machen ist aber auch huge. Das ist richtig smart, weil dann kann man Ultra-Hyperspeed hin und her laufen. Niemand checkt, wer wer ist. Okay, boom, ich habe den Task ist hier fertig. Hier ist easy. Okay, wir können gleich einen Kill machen. Ich muss auch jetzt was beitragen. Fabo hat schon einen guten Schritt gemacht. Hier ist Gambo, Easy-Lina. Okay, ich mache mal hier eine Task, angeblich. Ich glaube, es ist smart, Electrical jetzt gleich zu machen und dann einen Kill zu machen. Fabo hat den Self-Reporter sehr smart gemacht, muss ich ehrlich sagen. Boom, Licht ist aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Ding ist, die können es halt ultra schnell fixen. Ah, je länger wir warten. Ich weiß nicht. Und die haben halt ultra schnell die Tasks später. Was macht Ben? Was macht Ben? Okay, Leute. Ich glaube, das ist jetzt ein klassischer Fall von Reaktor und ich kille hier rechts jemanden. Oder? Ich meine, die sind schnell bei Reaktor drüben. Oh mein Gott. Ne, Leute, ich hätte jetzt Ben killen können. Weißt du was? Ich bin ein guter Teammit. Ich will nicht Ben zwar miteinander die Aufnahme versauen. Das wäre schon ein bisschen mies. Ja, ein bisschen muss man schon noch Dings haben. Candy ist halt immer in Camps. Junge, das ist schon so goofierig aus, wenn alle irgendwas machen. Okay, wir müssen jetzt irgendwo hin, wo niemand ist. Oh, komm mal hier. Oh. Oh. Hä? Alter, mir wird richtig schlecht. Ey, war nicht die ganze Zeit Leute bei Camps, bei Security und so? Wollte grad sagen. Erkennen die wahrscheinlich. Wo lag denn die Leiche? Was hat denn mit Security zu tun? Ich habe Informationen. Und zwar, ich wollte gerade zu Weapons laufen. Und oben bei Download, also bei diesem Download, war Uro tot. Aber mir kam Lisi entgegen. Ja, das reicht nicht. Ich habe Lisi eh schon gesasst. Ja. Weil es hätte... Leute, ich kann euch sagen, dass es Ben ist, aber okay. Ja, wie rand. Du bist für die ganze Runde hinterher gelaufen. Du hattest immer geguckt, dass du mich töten kannst. Nee, ich habe einen Kill. Doch. Also jemand, der getötet wurde. Ben stand gleich. Ich sage mal, ich hätte komisch neben mir. Er hätte mich killen können. Aber wenn Elina jetzt nichts hat, dann steckt die nämlich mit Ben unter einer Decke. Denn die hat Ben nicht als erstes gekillt. Das heißt, er muss auch ein Poster sein. Easy, wenn ich dich hätte killen wollen, er hat sie tot. Also, als würde ich regeln, wie ich die Ben zum als erstes da bin. Leute, pass auf, pass auf. Und zwar bei dem ersten Kill. Dann hätte es ja eigentlich sein müssen, entweder Easy mit dem Self-Report oder Candy, der in Kamera gewendet ist oder Logo, der in Electrical gewendet ist. Aber Candy und Logo sind tot. Nein, 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 Fabo war geshasst. Fabo war geshasst. Also, wenn wir jetzt Easy rausvoten, dann... Hä, für den ersten Kill-Dock nicht, da hat Fabo gar keine Rolle gespielt. Ich habe Fabo geshakt, weil wir beide gleichzeitig bei Matt B reingegangen. Fabo weiß, dass ich es nicht bin. Ich weiß es, Fabo ist es nicht. Natürlich wurde er geshasst. Ja. Fabo wurde geshasst? Ja, aber nur, weil er mich nicht gesehen hat. Nein, also, ich sage nur so viel. Ach ja, weil Candy das mit der Kamera, ja. Wenn wir Easy rausvoten, dann instant hinterher Fabo. Ich würde sagen, Easy raus. Ich denke, es ist Ben. Warum ich jetzt Easy, Begründe mal? Weil du mich zahst und weil du nur die unschuldigen Killen bist. Aber Elina hat dich als erstes getzahst. Ey, 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 ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wie viele Tasks habt ihr noch? Ich habe fast keine gemacht. Ich bin komplett durch. Aber ich bin ja schnell. Ich bin fertig. Ich habe nur noch bei Matt B eine, die ich abholen muss. Easy, du hast keine Tasks, du bist ein Proster. Ja, Easy, komm, lass gut sein. Lass los. Wir sind ein Verloser, wirklich. Selbst dein Improster-Kolliger hat sich gerade verkauft. Hä, Hä? Leute, wie haben die das nicht gecheckt, dass ich denn gefendet bin? Das war so ein smarter Kill. Und die Easy auch noch gesasst. Okay, komm mal, jetzt Double-Kill und das war's. Komm mal, Fabo. Das müssen wir jetzt holen. Das müssen wir jetzt holen. Ich warte den Kill-Cool dann ab. Die sind halt weit mit Tasks. Aber Leute, das könnte, das könnte ein richtig geiler Sieg werden. Ich hoffe nur, dass Fabo gleichzeitig einen Kill macht, wie ich. Sonst haben wir ein Problem. Okay, ich mache das, damit ich nicht sass bin. Er hat Türen geschlossen. Es sind alle hier außer Fabo. Wenn Fabo jetzt hier wäre... Ah! Okay. Nein! Yes! Das war doch Fabo! Oh Mann! Easy war's wie immer, ne? Oh Mann! Elina, Elina, ich hab... Ich hab eine Millisekunde vor dem Kill gewendet. Du hast es, glaub ich, nicht gesehen. Aber warum hat Easy denn Fabo so krass verteidigt? Das raffe ich jetzt gar nicht. Das war auch richtig geil! Weil wir gemeinsam reingerannt sind. Weil wir gemeinsam reingerannt sind, genau. Ja normal, alles richtig. Yeah Fabo, Tigi! Dann lasst ein Like da. Viel mehr Mein-Geschaft, ah, mein-Geschaft, Among Us, shop.kausotie.com Bis zum nächsten Mal, abonniert mich, und tschau, Leute!